Das Buch zur Serie. Jetzt überall erhältlich. F-L-O-S-S-E-L F-L-O-S-S-E-L Flossen Hey Barry! Hallo Sting. Mietz, 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 mietz. Sting, was machst du denn da mit dem Katzenfutter? Oh, ich hab die Katze schon lange nicht mehr gesehen. Und da dachte ich, ich sorge mal für ein bisschen Abwechslung. Mietz, 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 mietz. Du sorgst für ein bisschen Sting. Katzen sind unsere Fressfeinde. Die lockt man nicht an. Schon gar nicht, weil einem ein bisschen langweilig ist. Aha. Die hält man so fern von sich, wie man eben nur kann. So, so. Sehr interessant. Aber mal eine andere Frage, Barry. Ja, Sting? Was ist denn das für ein Lenkrad? Sting, egal was du tust. Dreh bloß nicht den Schlüssel um. Bin gespannt, was passiert, wenn ich den Schlüssel umdrehe. Wow, wie cool ist das denn? Komm, Barry, wir machen einen Roadtrip. Nein, nein, das machen wir nicht. Denk doch nur an das letzte Mal, als du ohne vorher darüber nachzudenken einen Zündschlüssel umgedreht hast. Aber das ist unsere Chance, mal ein wenig rumzukommen. Andere Welten zu sehen. Danke. Ich habe genug von anderen Welten, seit sich damals dieses Dimensionstor in unserem Aquarium geöffnet hat. Hm. Davon kriege ich Schlumpf, aua. Warum bist du denn bloß so nervös, Barry? Weil das hier gefährlich ist. Es ist ein großes Risiko, seine gewohnte Umgebung zu verlassen. Denk doch nur daran, wie wir unseren Mitbewohner Marek verloren haben. Marek, du immer mit deinen Anekdötchen. Echt? Du bist schon ein verrückter Typ, Marek. Ja, ja, schon okay, Jungs. Aber jetzt entschuldigt mich kurz. Ich hole mir eine Packung. Kippen. Da sieht man mal, wie gefährlich Rauchen ist. Keine Panik, Barry. Panik führt zu nichts. Wie das eine Mal, als ich vergessen hatte, warum ich meine Beine nicht mehr spüre. Oh Gott, oh Gott. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Doktor, ich spüre meine Beine nicht mehr. Sting, zum letzten Mal. Wir sind auf einem Kostümfest. Oh. Kann sein. Aber ich mag nun mal keine Veränderungen. Wenn an meinem regulären Tagesablauf was verändert wird, werde ich sehr nervös. So wie damals, als diese fremde Frau behauptete, ich würde Vater werden. Und, äh, sie sind ganz sicher, die sind alle von mir? Gut, ich verstehe. Aber man muss auch mal was riskieren. Oh Gott, ich fühle mich so lebendig. Sting, das kann nicht gut gehen. Bitte brems. Brems. Wie denn ohne Beine? Ich spüre doch meine Beine nicht mehr. Mach dir keine Sorgen. Genieß einfach diesen Moment der Freiheit. Was bringt es, Sicherheit zu haben, aber für immer still an einer Stelle zu stehen? Stillstand ist der Tod, Barry. Der Tod. Der Tod? Der 16 Uhr Berufsverkehr ist der Todsding. Okay, das war's also. So trete ich jetzt ab. Tja, ich hätte gedacht, ich werde einfach irgendwann mal ins Klo geschmissen und runtergespült, aber... Insofern... Würdevoller ist das hier auf jeden Fall. Irgendwie sogar... gar nicht so unkohl. Hm, mir kommen Bedenken. Erst jetzt im Angesicht des sicheren Todes wird mir bewusst, wie gut unser friedliches Leben im Aquarium auf der Kommode doch gewesen ist. Erst jetzt sehe ich, wie beschenkt wir mit unserem sicheren Zuhause gewesen sind. Sollte ich es diesmal so weit getrieben haben? Sting, ich danke dir. Diese Nahtoderfahrung zeigt mir, wie recht du hast. Ich pfeife auf totale Sicherheit. Ich pfeife auf das tägliche Einerlei. Es lebe das Risiko. Es lebe das Leben. Äh, das ist jetzt ein etwas schlechter Zeitpunkt, Barry. Mir ist nämlich gerade klar geworden, was für eine mega bescheuerte Idee das von mir war. Okay, sehe ich auch so. Bring uns nach Hause das Ding. Bitte, sofort. Na gut. Oh Gott, wir sind wieder zu Hause in Sicherheit. Danke, mein Freund. Ich dachte, wir überleben das nicht. Aber nur mal ganz ehrlich, ein bisschen Spaß gemacht hat es dir schon, oder? Naja, ein wenig vielleicht. Ein wenig? Also schön. Das war echt ziemlich cool, wie du dazwischen den Autos rumgedüst bist. Du würdest also sagen, so ein kleiner Nervenkitzel hin und wieder ist gar nicht so schlecht? Tja, ein kleines bisschen vielleicht schon. Stimmt. Meats, meats! Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017